Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial mit dem Thema Die Neuigkeiten der ZEREC Software 4.6 auf einen Blick. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im Workflow als auch Verbesserungen der Software. Mit der ZEREC Software 4.6 sprechen wir von einem 5-Klick-Konzept. Dies bedeutet, dass alle Phasen lediglich optionale Pflichtschritte haben. Es handelt sich um einen klaren Workflow mit reduziertem Arbeitsaufwand als auch minimierter Bearbeitungszeit. In der Administrationsphase legen Sie wie gewohnt Ihren Patientenfall an. Anschließend nehmen Sie in der Aufnahmephase alle erforderlichen Bildkataloge auf. In der Modellphase hat die ZEREC Software die Modellachse automatisch festgelegt als auch einen Erstvorschlag der Präparationslinie bereits berechnet. Dieser muss selbstverständlich noch überprüft und gegebenenfalls manuell nach Ihren Wünschen angepasst werden. In der vierten Phase der Designphase können Sie den Design-Erstvorschlag bei Bedarf modifizieren. Final wird in der Herstellungsphase die geeignete Blockgröße als auch die entsprechende Schleif- und Fräseinheit ausgewählt, bevor die Restauration ausgeschliffen bzw. ausgefräst werden kann. Wie zuvor erwähnt stellt die ZEREC Software 4.6 die Modellachse automatisch ein. Für ein optimales Resultat empfehlen wir Ihnen in der Aufnahmephase ein Minimum an zwei bis drei benachbarten Szenen nach Mesial als auch Distal aufzunehmen. Der BioKiefer-Algorithmus kann bessere Erstvorschläge berechnen, wenn mehr Daten vorhanden sind. Natürlich unter der Voraussetzung, dass es sich nicht um eine endständige Restauration handelt. In allen fünf Phasen sind die optionalen Schritte durch Klicken auf die beiden entgegengesetzten Pfeile erreichbar. Alle manuellen Funktionen sind dort angeordnet. Für Implantatrestaurationen gibt es einen zusätzlichen Bildkatalog, der ScanPost-Bildkatalog. ScanPosts, die in diesem Katalog gescannt sind, werden anschließend automatisch erkannt. Dadurch ist im Fall einer Restauration auf Implantaten und dem Scannen mit einem ScanBody der Schritt ScanBody Anklicken in der Modellphase auch automatisiert. Ähnlich wie die Modellachse definiert die ZEREC Software 4.6 auch den Präparationsrand. Sollte der Vorschlag der Software vom eigentlichen Präparationsrand abweichen, haben Sie die Möglichkeit, diese Bereiche mit der Werkzeugoption manuell zu korrigieren oder gegebenenfalls komplett neu einzuzeichnen. Falls Sie grundsätzlich keinen Erstvorschlag der Präparationsgrenze wünschen, können Sie diesen Automatismus dauerhaft im Systemmenü deaktivieren. Reduzierung der Rechenprozesse und notwendige Klicks haben zum Zweck, die Gesamtdauer der Anwendung auf ein Minimum zu reduzieren. Um einen Vergleich zu schaffen, wie viel der Gesamtprozess mit der ZEREC Software 4.6 reduziert wurde, starten beide Sequenzen gleichzeitig nach der Aufnahmephase. Auf der rechten Seite sehen Sie die Software 4.6 und hier ist der Fall wenige Sekunden später, als bei der Software 4.5.2 berechnet, welche links zu sehen ist. Links muss die Modellachse manuell eingestellt werden, während rechts dies automatisch in ca. 3 Sekunden geschieht. Der manuelle Eingriff links dauert naturgemäß deutlich länger. Während links noch die Modellachse manuell erstellt wird, berechnet die Software rechts bereits die Präparationsgrenze. links wird die Präparationsgrenze. Die Präparationsgrenze wiederum manuell eingegeben, während rechts der Designvorschlag bereits fertig ist. Schlussendlich hat die ZEREC Software 4.6 rechts alle Schritte automatisch berechnet, während sie links in der ZEREC Software 4.5.2 noch mit der Eingabe der Präparationsgrenze beschäftigt sind. Der Erstvorschlag beinhaltet wie bei der 4.5.2 den minimalen Körper, nur ist dieser in der ZEREC Software 4.6 nicht sichtbar. Das Design überdeckt diesen auf der oklusalen Seite von Beginn an. Falls der Antagonist auf den Minimalkörper aufbeißt, wird dies in der ZEREC Software 4.6 rot dargestellt. Somit steigt die Kontrolle der oklusalen Kontakte. In der Herstellungsphase sind die Funktionen in der Seitenpalette optimiert. Sie erhalten unter anderem eine klare Darstellung der verschiedenen Fräsoptionen, die Auswahl an Blockgrößen und eine Übersicht der angeschlossenen Schleif- und Fräseinheiten. Die Idee dieses Fensters ist, dass Ihnen alle Parameter kurz vor der Produktion angezeigt werden, um die Möglichkeit zu haben, diese nachträglich zu ändern. Dadurch wird vermieden, dass Sie bis in die Administrationsphase zurückwechseln müssen, um zum Beispiel einen anderen Block auswählen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit ZEREC.